Entzünden. Entzünden bedeutet, etwas zum Brennen zu bringen. Man kann ein Feuer entzünden, man sagt auch, man kann einen Heuhaufen entzünden. Man kann aber auch seine innere Energie entzünden, man kann seine Begeisterung entzünden und man kann auch seine Liebe entzünden. Wenn es dir nicht so gut geht, wenn dein Leben sich langweilig anfühlt, wenn du im Trott des Alltags irgendwo versinkst, dann kannst du überlegen, was könnte ich tun, um meine Begeisterung wieder zu entzünden? Was müsste ich tun, um voller Enthusiasmus zu sein? Angenommen, ich hätte viel Energie jetzt, wie würde sich das anfühlen? Was müsste ich machen? Und wenn du einen Menschen in deiner Umgebung siehst, der irgendwo träge ist, frage ihn, was müsste denn geschehen, dass deine Begeisterung wieder entzündet werden kann? Was kann ich tun? Was kann ich beitragen, dass du mehr Freude hast, dass du mehr Energie hast? Was kann ich tun, dass du mehr Energie hast, dass du mehr Energie hast,